GameKees und GameCards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Lieber Freunde, wir legen hier heute wieder los mit Sanchez-Re-Backroad-to-FIFA-15. Lassen gerne ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefällt. Und wir hauen heute mal wieder den Gegner weg. Oder eher uns. Mal gucken, wie es läuft. Wir haben jetzt einen mit einer 85er-Stärke. Bale und Benzema im Sturm. Cristiano Ronaldo auf links, Lucas auf rechts, Xavi und, ach, wie sie nicht alle heißen. Shit. Das ist ein starkes Team. Ich glaube, da werden wir das ein oder andere Problem bekommen. Na gut, dann unterstützen wir uns mal hier gegenseitig. Legen los. Schauen wir mal. 3-5-2 gegen 3-5-2. Pisco. Auf Karim Benzema. Der Ball wird dort abgewehrt. Cristiano Ronaldo kommt dort ran. Der ist einfach super schnell, super flink. Und da gibt's die Ecke. Oh, oh, oh. Jetzt kommt Sergio Ramos mit nach vorne. Wenn ich das nicht eben falsch gesehen habe. Okay. Da haben wir Lucas. Lucas mit dem Fernschuss. Benazia. Isco. Isco. Wow. Leck mich fett, ey. Krasse Scheiße. Bamm. Ronaldo erstmal schön gehummelt. Einfach mit Hummel überrannt. Ja, also, wenn wir heute hier nicht gewinnen, sollte es auch nicht so schlimm sein. Wir haben einen ultra starken Gegner. Und Adler hat da die Pille. Okay. Gareth Bale. Adler, Held. Super. Oh, Mann. Also, wir haben es hier richtig schwer. Wir haben es hier richtig schwer. Ich sag's euch. Adler, super. Oh, nee. Schade. Ja, abseits. Ach, Mann. Sirigu, Held. Stark. Ganz stark. Oh, Adler, 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 Adler. Alter Schwede, was macht der? Ja, da ist das Ding. Mit der Vorarbeit von Alexis Sanchez. An den Pfosten geknallt. Also, eigentlich auf den Torwart, dann an den Pfosten. Abpraller Lukaku. Hammer Ding. Was ein Glück wir da haben. Also, das war mega Glück. Der Schuss war schon stark. Und Lukaku macht das Ding rein. Wow. Okay. Super. Matz-Hummel. Soi, joio, joio, joi. Also, dieses Spiel verbraucht richtig krass meine Gehirn-Kapazität. Leistung, Kapazität, alles. Über die Außen auf Cristiano Ronaldo. erste halbzeit vorbei ach du scheiße echt schwieriges match ich glaube wir haben null prozent ballbesitz weil ich die ganze zeit nur am flanken bin 50 50 ok aber unser gegner hat richtig gut chancen gehabt also starke erste halbzeit schwieriger gegner gut gehalten gut gehalten oh man oh man oh man oh man ja er hatte ein traumteam aber wir haben hier das quäntchen glück was wir dafür brauchen gündo an ok jetzt zieht durchkommt oh schade ich hätte noch ein bisschen weiter reingehen können ich hätte noch ein bisschen gehen können ja das geht jetzt um ich bin ganz sicher ich bin ganz sicherlich nein dante oh man echt schwieriges spiel broadfield mit dem febappers rodal du ins aus oh man 64 Minuten gespielt, ey, ich bin grad mega am Zittern Das Spiel ist saustark, wir führen 1 zu 0 Und der Ball geht gerade in die Pampa Sinclair Und er geht ins Aus Einfach draufgehalten Ja, es musste irgendwann passieren Es musste einfach irgendwann passieren Mist Ich hab ihn nur abseits gesehen, aber Tja Okay, dran geblieben Cool bleiben, cool, 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 cool Das können wir noch machen, das können wir hier noch richten Die ganze Zeit waren wir so stark Ja Jetzt will er mich hier irgendwie Mit irgendwelchen komischen Schüssen fertig machen oder was Aus 800 Kilometern, also so nicht, mein Freund So aber nicht Ja, Lukaku Alter Was ein Lupfer Da steht der Torwart im Tor Krieg den Lupfer aber nicht gespielt Oh Mist, ey Lukaku hat das Ding eben gerade nochmal reinmachen müssen Jetzt wird's langsam ein bisschen brenzlig Über die Außen Achtung, 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 Achtung Schön, Alexis Ich hab alles abgedeckt Was ich nur abdecken konnte Den letzten Schritt Muss irgendwie auch die KI machen Dass der Kopfball da nicht gerettet wird Was will ich da machen? Er steht schon zu Er war schon dicht Einfach OP Und ja Da ist es einfach drin Was? Fick dich! Wo ist dann abseits? Alter! Wie wir einfach mal beschissen werden Wie wir einfach beschissen werden Wie wir einfach beschissen werden Da zeigt ihr mir abseits an Was zur Hölle? 2 zu 2 Also wir haben so viele gute Chancen gehabt Am Ende sollte das Ding zum Beispiel nicht reingehen Also für mich persönlich War das am Ende richtig beschissen Hätten wir gewinnen müssen Das hätten wir eigentlich gewinnen müssen Oder sagen wir so Wir hätten es gewinnen dürfen So gut Also wir haben richtig stark gespielt Unser Gegner hat natürlich auch Keine Frage Gut gespielt Aber wir waren teilweise einfach wirklich besser Und dann hat er einfach mal Bing bing Mit seinen Kopfbällen da Glück Statistik Außen vor Er hat da halt eben Ne? Mehr Schüsse und so weiter Aber wir waren einfach so Wir waren eigentlich krass Wir waren einfach wirklich krass Okay unentschieden Was machen wir da? Ich hab keinen Punkt Ne? Also ich denke mir Wir haben uns trotzdem einfach Wir haben uns was verdient Wir haben uns einfach ein Pack verdient Okay Freunde Wir machen das 5k Pack jetzt auf Ist mir egal Wir haben uns einfach was verdient Nach dem Match Ist unentschieden Sollten wir einfach einen Punkt kriegen Warum denn nicht? Das war für mich eigentlich ein Sieg Und wir kriegen Shimao Mhm Sloth Presus Games Oder Chames Das ist einfach nicht wirklich gut Was wir hier kriegen Freunde Ärgerlich Okay das muss weg Dann sag ich erstmal Vielen Dank Ich hoffe euch hat's gefallen Däumchen Gerne nach oben da lassen Und wir sehen uns dann ganz bestimmt Im nächsten Match Tschüss